Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf Mileys Welt. Milei und ich gehen zum Friseur. Ich habe jetzt die Tür aufmachen müssen für die Milei, weil wir heute den Fotoshooting-Termin haben und wir nehmen euch heute doch den ganzen Tag mit. Hier wird schon angeschnallt und die Fahrt kann beginnen. Schaut Mameleys Haare an, haben wir glatt geföhnt, beide glatt geföhnt heute. Aber wir haben hier Zuschauer getroffen und die haben dann, bis ich geföhnt wurde, bis sie mit Milei gespielt und die hat gleich ein Schleim geschenkt bekommen, Wolkenschleim. Jetzt fahren wir aber nach Hause. So, Papa zieht schon Schuhe an, Milei ist fertig, Chian sitzt auf der Treppe und wartet und es kann gleich losgehen. Jetzt sind wir unterwegs, meine Lieben sitzen im Auto und ja, ich denke mal eine halbe Stunde fangen wir dann an, wenn wir da sind. Wie wir das Fotoshooting machen, filmen wir auf Family Fun ein Video. Da müsst ihr auf Family Fun rüberschalten, meine Lieben, um 12 Uhr kommt das Video. Dann seht ihr mal, wie wir so posen und so weiter. Bilder gibt es aber noch keine. Nein, Bilder nicht, nur wenn wir schuhen. Gibt es früher schon 10 in der Woche oder so. Ja. Und Mileys Welt wird heute, glaube ich, die 500.000 Abonnenten schaffen, meine Lieben. Halbe Mille. Wir sind bei 499.932. Jetzt schaut mal, 932. Wie viel fehlen noch? 68. Stimmt's? 68 Abonnenten. Ist der live jetzt gerade, oder? Ja, das ist live. Da geht ja nichts. Ja, jetzt geht gerade nichts. Da steht ja still. Das ist live. Ah, jetzt geht das. Jetzt geht's. Danke fürs neue Abo. Schauen wir mal wieder in den Live-Counter rein. 31 nach. Wir haben alle so hochgesprungen. 500.000 Abonnenten. Heavy, oder? 500.000. 1.000. Und dabei waren wir auch noch fotografiert. Ja, der Fotografen hat Fotos. Aua, Mileys. Vielen, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. 500.000 Mal, danke. Das muss man mal schaffen. Und daneben, da waren wir geblitzt hier. Der blitzt hier abonnenten. Aber es ist unglaublich. Unglaublich. 10 Fußballstadien voll Zuschauer, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ich hätte es gedacht, mal ehrlich jetzt. Dass wir das schaffen mit Mileys Welt. Bald ist Family Fun dran. Und ich würde sagen, nächsten Monat eine Milei, oder? Oh, das ist jetzt 2.000. In Chano, in Chano hat jetzt auch 50.000. Ja, genau. Auch ein Fünfer davor. Wir schaffen das leicht. Jeder von euch muss irgendeinen Kumpel oder Freund oder Familie haben, der uns noch nicht abonniert hat. Genau. Und sagt, der muss uns ein Abo dalassen. Dann haben wir Milei. Das wäre mal eine coole Aktion. Okay, also wir machen weiter mit dem Shooting. Drinnen sind wir fertig mit Fotos. Jetzt sind wir in einem Park. Da hinten seht ihr den Schian, glaube ich. Der wird gerade fotografiert. Und Milei muss drehen aufs Klo. Oh, und Papa ist jetzt zugegangen. Den sieht man auch da hinten. Den Robert, der wartet auf Milei. Wo ist er denn? Irgendwo da hinten. Wo ist die Milei? Wo ist die Milei? Ja, wir sind jetzt zu Hause, meine Lieben. Der Robert tut hier irgendwas am Sprachen. Sprachen, verschiedene Sprachen. Oh Gott, liebe Dinge da oben, stört mich. Dieser Fell stört mich hier einfach. Unser Muff. Unser Muff? Windmuff. Fotoshooting haben wir in der Tüte. Heißt das in der Tüte? Im Korb? Nein, in der Tüte. Nicht in der Tüte? Genau. Wir sind fertig. Wir sind fertig auf jeden Fall. Und da drüben haben wir jetzt ein bisschen verfolgt, wie viele Abos so gekommen sind. Habt ihr ja mitbekommen? Ja, es ist abends um 8 Uhr und es sind 1600 Abonnenten schon an einem Tag. Boah, also ich war total baff, muss ich ehrlich sagen. Sag ich ja, unsere Zuschauer, unsere Community sind die Besten. Wir sind ja auch die Besten. YouTuber steht immer unten. Ja, in den Kommentaren steht es immer drin. Und meine Lieben, hier alle, die Mileis Welt anschauen, Family Fun. Unser zweiter Kanal, Family Fun. Das ist genau das gleiche wie Mileis Welt. Dieser Kanal hat nur den Namen Mileis Welt, weil er nach Mileis benannt worden ist. Abonniert Family Fun auch, dass wir bei Family Fun auch mal die 500.000 Abonnenten schaffen. Ja, da seht ihr auch mehr über unseren Alltag. Stimmt, alle, die Family Fun noch nicht kennen. Der Robert schaut hier. Ich überlege mir bloß, was labert die da? Ach komm, YouTuber labern. Wir sind doch eh alle, die kennen doch unsere Kanäle. Nein, unsere neuen Follower kennen noch nicht Family Fun vielleicht. Also Family Fun. Ja, meine Lieben, da auch rüberschalten und abonnieren. Jetzt musst du das Video als Werbung kennzeichnen, weil du Werbung gemacht hast für deinen eigenen Kanal. Ich habe nicht Werbung gemacht. Ich habe nur gesagt, dass wir... Und sagt bei Mileis Welt sozusagen. Du bist so gemein. Okay, also bis später. Die Mileis ist aufgetaucht. Und war es anstrengend? War es schön? Ja. Hat es dir Spaß gemacht? Also Milei hat es echt Spaß gemacht. Oh oh. Milei hat unsere Kamera kaputt gemacht. Kameraständer kaputt. Wir können nicht mehr vloggen. Oh, jetzt ist es aus mit den Videos. Oh, jetzt haben wir gerade 500.000 Abonnenten gemacht. Jetzt müssen wir schon ausmachen. Wartet. Du bist jetzt gegenfilmen hier. Das zum Thema, wir haben keine Kamera mehr. Aha. Kamera geht noch. Wir haben jetzt unsere Decke ausgebreitet. Schaut mal. Amelia und Lenya sind schon da. Milei holt die Lotta, zieht sie an. Und sie hat eine Überraschung für die Milei. Wo wir in Mannheim unterwegs waren, habe ich ihr von Primark diese zwei Oberteile gekauft. Damit werde ich sie jetzt überraschen. Die wird sich echt freuen. Ach, da ist ja die Lotta. Die ist auch da. Hey, so Lotta. So, meine Lieben. Jetzt kommt die Überraschung für die Milei. Schau mal, Milei, was ich gekauft habe. Die passen alle drei, gell? Schau mal. Noch ein zweites. Habe ich von Primark für dich mitgenommen aus Mannheim vor drei Tagen schon, glaube ich, oder vier. Ich habe es bloß auf die Seite gelegt, damit ich den richtigen Zeitpunkt finde. Gefällt es dir? Schau, ich habe sogar an deine Babys gedacht. Danke, Mama. Mh, mh. Was meinst du? Jetzt lassen wir die drei mal Kuchen essen hier und dann machen wir Fotoshooting. Die dürfen auch ein bisschen Fotoshooting machen, he? Oh, die sind aber süß, die drei. Die sind ja wie Drillinge fast. Na ja, die ist ein bisschen größer, die Amelia. Das ist Erdbeer. Das ist Erdbeer. Erdbeer. Okay, warte, Joko, es besser, um das zu schneiden. Dann einen Teller für dich. Für alle, meine Schätze. Okay. Dann schneide ich die. Wo auch her, Mama? Ich komme dann her, ja. Oh, schnippe uns zwei, eins. Oh, kriegen wir auch einen Teller? Wann hat die Nachbarn im Garten, gell, Mille? Ups. Wollen Sie zwei? Mh, ich kann zwei vertragen, ja. Guten Appetit, ihr drei Süßen. Ich jetzt auch. Jetzt räumen wir wieder auf. Alles aufräumen. So. Willst du jetzt ihr was anziehen noch? Ja. Die neuen Sachen willst du Amelia mal probieren? Oh, Amelia, das steht dir ja super. Und schaut mal, meine Lieben, was ich gemacht habe. Ich habe der Lottas Oberteil angezogen. Sieht aus wie ein Kleid. Na, Ella, es ist busy. Zu groß, glaube ich. Oh, Ella, du kleine Maus. Du brauchst so kleine Größen noch. Und da hinten seht ihr die Kira, meine Lieben. Guckt mal, was die da macht. Sie knabbert da an irgendwas. Oh. Guck. Süß. Es ist ein T-Shirt drunter. Ja, man kann ein T-Shirt drunter anziehen. Und jetzt gibt es noch ein kleines Fotoshooting. Mit meinem Handy mache ich die Fotos. Eins, zwei, drei. Gut. So. Gut. Okay, mit der Ella machen wir was ganz Süßes. Hallo. Und Pane. Wie, Kalle. Oh, schön. Warte, wir machen du. Wie? Oh, aufpassen. Eins, zwei, drei. Gut. Diese Pose nehmen wir. Und eins, zwei, drei. Gut. Im Kasten. Und nochmal so. Schaut mal. Gut. Haben wir jetzt gemacht. Super. Und jetzt ist die Mama dran geguckt. Mama macht Kopfstand. Aber ich kann es noch nicht so gut. Du und Kopfstand? Nee. Geht noch nicht, gell? Oh, muss ich aufpassen. Ella. Trinken? Amelia. Okay. Und dann Lothar danach, oder? Okay. Machen wir der Reihe nach. Also. Ich muss Ella geben. So, Ella. Komm mal her. Oh, da. Milley. Der Amelia. Ella ist. Oh, Ella ist auch schon satt. Jetzt ist die Lothar dran. Lothar ist ja schon bloß. Ich kann schon alleine trinken. Lothar kann alleine trinken? Ja. Lothar, du bist die älteste Maus hier. Ella und Amelia fühlen sich wohl auf meinem Schoß. Meine beiden Schätze sind das Kinder-Süde-Lothar. Ja, Lothar auch. Meine Lieben. Foto von dir. Oh, jetzt macht Milley von mir Foto. Also, mach mal. Einmal Smile für die Kamera. Okay. Also, Smile. Das da. Ui. Das da. Ups. 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 Also, die zwei. Dann das da. Und da sind die Fotos von Milley und so. Ah, da hast du geschlafen, Bissi. Okay, dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Das. Und jetzt schaut Milley noch ein bisschen Fußball mit dem Papa, meine Lieben, da hinten. Und mich sieht man auch an der Scheibe da drüben. Jetzt haben wir ein bisschen Reborn-Baby gespielt und Fotoshooting auch fürs Reborn-Baby gemacht. Ja. Haben wir gemacht. Und Papa hat in Ruhe Fußball schauen dürfen. Wir sagen Danke fürs Zuschauen. Abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, meine Lieben. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.